Wie du im Alltag und ganz einfach jede Menge Strom sparen kannst, das erfährst du jetzt hier in diesem Video und ich würde mal sagen, los geht's. Ja Leute, der Strom wird immer teurer und wir müssen uns jetzt überlegen, was wir so machen können im Alltag, um nicht am Ende eine riesen Stromrechnung zu haben. Deswegen haben wir in diesem Video hier drei Themen für euch dabei. Einerseits erstmal, wie viel verbraucht denn ungefähr so jeder Bereich im Haushalt? Zweitens, was kann man so in den einzelnen Räumen, Bad, Wohnzimmer und so weiter denn an Strom sparen? Wo gibt es hier Möglichkeiten, um ein bisschen Geld einzusparen und Strom einzusparen? Und drittens, ja wie sieht es überhaupt aus? Was ist denn derzeit so der beste Stromtarif? Um herauszufinden, welcher Bereich jetzt überhaupt eigentlich wie viel Strom im Haushalt verbraucht, haben wir tatsächlich einen extrem fleißigen Redakteur bei uns, der wirklich mit einem solchen Gerät mal an, ja quasi jedes Stromgerät im Haushalt so rangegangen ist. Und tatsächlich haben wir jetzt hier so eine Übersicht, hier sieht man mal, welcher Teil im Haushalt ungefähr so viel verbraucht. Zum Beispiel, ja Informationstechnik liegt zum Beispiel ganz ganz weit oben bei 28%. Waschen und Trocknen verbraucht um die 14% im Haushalt, Licht 13%, Kühl- und Gefrierschränke 11%, Kochen 9% und Spülen 8%. Allerdings ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, wie viel jetzt eigentlich verbraucht wird. Nicht nur die Geräte, sondern auch ein paar andere Faktoren haben da drauf Einfluss. Zum Beispiel, wie viele Leute wohnen im Haushalt? Wohnt man in einem Einfamilien- oder in einem Mehrfamilienhaus? Und ob man die Warmwasserbereitung mit einem Durchlauferhitzer oder mit einem Boiler regelt? Diese Übersicht hier finde ich wirklich spannend. Hier sieht man ganz ganz viele verschiedene Geräte im Haushalt. Und hier wurde geschaut, wie viel erzeugt das denn an Kosten auf ein ganzes Jahr gerechnet? Den ganzen Artikel und die Tabelle könnt ihr übrigens im E-Mail abrufen, geht da gerne mal drauf. Da könnt ihr mal ein bisschen genauer schauen, wie das bei euch aussieht. Aber ich gebe euch mal so einen kleinen Sneak Peek. Ein Fernseher zum Beispiel verbraucht um die 35 Euro im Jahr. Das ist halt wirklich wesentlich weniger als zum Beispiel ein PC mit Monitor, der 233 Euro im Jahr kostet. Im Vergleich dazu bezahlt man bei einem Notebook nur 58 Euro. Also hier wirklich eine krasse Differenz zwischen PC und Notebook. Der Kühlschrank kostet um die 78 Euro im Jahr und die Waschmaschine 292 Euro. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht das öftere mal im Waschsalon geht oder eine Waschmaschine im Keller hat, wie ich zum Beispiel, wo man Münzen reinwirft, kostet das zwar auch Geld, aber das Ganze kostet halt auch viel Strom. Dementsprechend spart man zumindest da dann auch wieder ein. Das heißt, das relativiert sich ein bisschen. Gehen wir mal in die Küche und vergleichen mal die Abzugzauber, die Mikrowelle und den Wasserkocher und überlegen, was könnte davon am meisten kosten. Interessanterweise ist die Abzugzauber und die Mikrowelle bei 116 Euro etwa und damit tatsächlich günstiger als der Wasserkocher. Beim Wasserkocher bezahlt man um die 160 Euro im Jahr. Also wirklich schon wesentlich teurer dafür, dass es eigentlich nur so ein kleines Gerät ist. Zwei richtige Stromfresser übrigens. Der Wäschetrockner 438 Euro im Jahr. Das heißt, hier lohnt es sich definitiv auch vielleicht mal einfach an der Luft zu trocknen. Und für alle Leute, die mit dem E-Roller fahren und das Zuhause aufladen, da bezahlt man 584 Euro im Jahr. Ist natürlich immer sehr unterschiedlich, aber so durchschnittlich. Das Ganze wurde übrigens mit 40 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Noch mehr Details findet ihr, wie gesagt, hier im i. Da wird auch nochmal drauf eingegangen, wie viel kostet eigentlich so eine Routine am Tag. Eine morgens-, eine mittags- und eine abendsroutine. Ist super spannend. Checkt das gerne mal aus. Wie gerade dargestellt, gibt es halt bestimmte Bereiche, die einfach besonders viel Strom fressen. Unter anderem natürlich der Waschtrockner bzw. die Waschmaschine und der Trockner oder nur die Waschmaschine. Und deswegen starten wir auch jetzt erstmal hier mit Tipps, wie man denn hier gut Geld sparen kann. Angefangen mit ein paar Tipps, die vielleicht relativ naheliegend sind, aber wenn man es mal zusammennimmt, am Ende wirklich schon sehr viel ausmachen können. Erstens sollte man nachvollziehbarerweise erstmal Teilbeladung verhindern. Das heißt, die Waschmaschine einfach voll machen, damit man halt nicht so oft waschen muss. Weniger offensichtlich ist die Schleuderzahl. Die sollte, wenn man einen Trockner verwendet, beim Waschen 1.400 Umdrehungen pro Minute betragen oder etwas mehr. Aber 1.400 reicht. Somit spart man sich auf jeden Fall Strom beim Trocknen. Außerdem spart man sich im Jahr 7 Euro, wenn man sich die Vorwäsche spart und auch 20 Euro, wenn man auf 30 Grad wäscht. Ein Ökoprogramm zu nutzen, spart tatsächlich sogar 30 Euro im Jahr. Verzichtet man auf einen Wäschetrockner und trocknet seine Wäsche an der Luft, dann spart man im Jahr sogar sage und schreibe 50 Euro. Wenn ihr jetzt aber eh vorhabt, vielleicht jetzt in nächster Zeit eine neue Waschmaschine zu kaufen, gibt es auch so ein paar kleine Tipps, die man hier beachten kann. Einerseits wieder einfach gucken, wie groß ist denn die Trommel, damit du halt Teilbefüllung verhindern kannst. Außerdem solltest du auf jeden Fall auf die Energieeffizienzklasse gucken. Die sieht so aus, die sollte sich dann halt möglichst im grünen Bereich befinden. Außerdem kannst du dir 30 Euro im Jahr sparen, wenn du dir eine Waschmaschine mit Warmwasseranschluss holst. Wenn ihr jetzt vorhabt, einen gebrauchten Wäschetrockner zu holen, gibt es auch ein paar Sachen, die man hier beachten sollte. Man sollte nämlich darauf verzichten, Kondensationstrockner ohne Wärmepumpe oder Ablufttrockner zu kaufen. Stattdessen sollte man hier auf einen Wärmepumpentrockner zurückgreifen. Hier kann man nämlich im Vergleich zum Ablufttrockner 40 bis 50 Prozent Energie sparen. Kommen wir zum Bad- bzw. Wasseranschluss und hier gibt es zwei ziemlich günstige Sachen, die man sich anschaffen kann, mit denen man dann wirklich bares Geld spart. Einerseits zum Beispiel so ein Sparduschkopf. Das ist eigentlich im Grunde ein normaler Duschkopf, bei dem einfach ein bisschen weniger Wasser rauskommt. Und der kostet so zwischen 11 und 30 Euro. Also den gibt es natürlich in allen Preisklassen, aber angefangen wirklich schon sehr, sehr günstig. Außerdem gibt es so einen Strahlregler, der verteilt einfach das Wasser vernünftig so, dass man es halt gut zum Beispiel zum Händewaschen verwenden kann. Und der verhindert auch, dass zu viel Wasser aus dem Hahn kommt. Das heißt, wenn man diese Geräte einfach anschließt, da hat man im Grunde dasselbe Erlebnis, dasselbe Wassererlebnis und verbraucht aber einfach ein bisschen weniger. Und weiter geht's in die Küche. Wie schon erwähnt, ist gerade der Kühlschrank einer der großen Energiefresser. Das bedeutet, dass man auch hier wirklich mit der richtigen Verhaltensweise einiges an Energie sparen kann. Was kann man also machen? Erstens, keine warmen Speisen in den Kühlschrank stellen. Das heißt, jetzt nicht irgendwie was fertig kochen und dann reinstellen, damit man es morgen essen kann, sondern erstmal ein bisschen abflauen lassen, ein bisschen kälter werden lassen und dann in den Kühlschrank. So spart man sich einiges an Energie. Nächster Tipp, den Kühlschrank nicht so lange offen lassen. Ist relativ offensichtlich, nehme ich an, aber sollte man mal gesagt haben. Übrigens auch hier, wer viele Getränke im Kühlschrank hat oder generell viele Sachen im Kühlschrank hat, der verliert hier nicht so viel Energie als bei einem leeren Kühlschrank. Ein weiterer Tipp ist die Eisschichtbildung. Die bildet sich vor allen Dingen im Gefrierfach oder Schrank. Und wenn ihr hier seht, dass da mehr und mehr Eis kommt, dann solltet ihr irgendwann mal daran denken, vielleicht das Ganze abtauen zu lassen. Und dann spart ihr in Zukunft auf jeden Fall wieder mehr Energie. Es gibt natürlich neben dem Kühlschrank noch mehr in der Küche, zum Beispiel den Wasserkocher. Achtet hier einfach darauf, dass ihr nicht zu viel Wasser kocht. Gerade wenn man jetzt regelmäßig das Doppelte an Wasser kocht, das man eigentlich benötigt, verbraucht man einfach Unmengen an Energie. Hiermit kann man im Jahr zum Beispiel um die 10 Euro sparen. Außerdem könnt ihr darauf verzichten, den Ofen vorzuheizen. Das heißt, Ofen an, Pizza rein und dann, wenn das Ding fertig ist, wieder rausholen. Und damit spart ihr dann 20 bis 30 Euro. Auf der Verpackung steht natürlich immer Vorheizen, aber die müssen am Ende ja nicht eure Stromrechnung zahlen. 25 Euro im Jahr könnt ihr euch sparen, wenn ihr einfach einen Deckel auf den Topf tut, wenn ihr den Inhalt da drinne zum Kochen bringen wollt. Wer ein bisschen affin ist, kann außerdem den Warmwasserboiler unter der Spüle ausmachen in der Nacht. Und damit spart man sich auch um die 20 Euro im Jahr. Kommen wir in den Bodenbereich und hier gibt es wirklich ein paar Fakten, die wirklich durchaus interessant sind. Gerade bei der Beleuchtung kann man einiges falsch machen, gerade wenn ihr alte Glüh- und Halogenlampen noch eingebaut habt. Gegenüber Glühbirnen verbrauchen LED-Lampen 90% weniger Strom. Für 1000 Lumen braucht man eine 75 Watt Glühbirne. Derselbe schafft eine LED-Lampe schon mit 12 Watt. Also man spart hier wirklich einiges. Ihr könnt bis zu 100 Euro sparen, indem ihr einfach regelmäßig eure Standby-Geräte aussteckt, beziehungsweise eure Steckerleisten ausmacht. Man kann hier natürlich auch auf eine smarte Steckdose zurückgreifen. Generell verbrauchen moderne Geräte gar nicht mehr so extrem viel im Standby-Modus. Aber es gibt gerade so ältere Geräte, die wirklich extreme Stromfresser sind. Zum Beispiel alte Stereo-Anlagen. Das Ganze könnt ihr mit einem Strommessgerät natürlich überprüfen. Oder ihr steckt es einfach regelmäßig aus oder ihr holt euch vielleicht eine neue Anlage. Aber gerade alte Geräte können durchaus viel verbrauchen, gerade im Standby. Beim Computer zum Beispiel ist es natürlich ein bisschen einfacher. Hier kann man schon auf den Energiespar-Modus zurückgreifen und den kann man einfach ein bisschen sensibler einstellen. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Stromspartipps rausgeballert, aber kann man sich nicht einfach einen super günstigen Stromanbieter holen und damit dann einfach Geld sparen? Das war auf jeden Fall ein Thema, das wir sonst jedes Jahr super viel behandelt hätten, weil man kann natürlich normalerweise, früher war es zumindest so, einfach den Stromanbieter wechseln und dann, gerade wenn man das regelmäßig macht, durch die Boni einfach super viel Geld sparen. Man bekommt meistens beim Wechsel dann irgendwie Geld oder ein, weiß ich nicht, iPad oder sowas. Und das, ja, spart dann halt Kohle. Die Sache ist, dass sich das dieses Jahr einfach überhaupt gar nicht lohnt. Es ist nämlich so, dass der Grundversorger, also der Stromanbieter, den ihr habt, wenn ihr quasi keinen Stromvertrag habt, immer so das Schreckensgespenst war. Guckt man sich das Ganze jetzt an, ist es meistens so, dass der Grundversorger sogar am günstigsten ist. Nehmen wir das jetzt mal im Beispiel Köln. Bei Rheinenergie, also im Kölner Grundversorger, bezahlt man 31,04 Cent pro Kilowattstunde. Bei Wattenfall einem Konkurrenten zum Beispiel 68,75 Cent. Also tatsächlich mehr als das Doppelte. Recherchiert einfach mal, was bei euch das Günstigere ist. Der Grundversorger oder euer normaler Stromanbieter. Oft ist es tatsächlich der Grundversorger. Den Grundversorger kommt ihr übrigens automatisch, wenn ihr euren Vertrag kündigt. Da gibt es verschiedene Gründe. Natürlich entweder der Vertrag läuft aus oder auch bei Preiserhöhungen habt ihr ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, schaut einfach mal. Vielleicht spart ihr hier tatsächlich auch schon mal nochmal einen richtigen Batzen, indem ihr einfach in einen anderen Vertrag reingeht. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Und schickt das gerne an Leute, die auch mal Strom sparen sollten. Und ansonsten sehen wir uns nach diesem Video hier in dieser Playliste. Macht's gut und tschüss.